Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch im Weg? Wie schaltet man das aus? Aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Hier entlang, bitte. Ich habe da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Konzentriere dich nicht auf deine Befürchtung, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt, wo sie hingehört. Aber Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Sei dir der lebendigen Macht bewusst, junger Paderwan. Ja, Meister. Hier entlang, Botschafter. Macht es euch bitte bequem. Mein Meister wird in Kürze bei euch sein. Die Oxys. Wir müssen hier weg. Die Oxys. Nein! Fakt er aus dem Weg hier. watch out! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mixe sein Jaja Bings. Mixe euer Diener. Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Druiden auftauchen. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Willst du uns vielleicht auch sagen, warum du verbannt wurdest? Jaja, tollpatsch. Erge crasht. Hey, blibler Bongo von die Boss. Mixe gesagt. Das war versehen. Ja. Jaja, versehentlich Hände vom Steuer genommen, um leckere Käfer fangen. Eine Druidenarmee will die Naboo angreifen. Wirse, die Naboo nicht mögen. Wir müssen sie warnen. Wirse euch geben werden einen Bombo. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durchs Planetenkern. Was geschieht nun eigentlich mit Jaja Bings? Hinfort mit ihm. Was geschieht. Nein, warte! Das ist schön schön. Wir müssen die Königin finden. Der Sieg ist unser. Dummer Stuhl! Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Ihr seien super heftig! Da ist die Blockade. Der Schildgenerator wurde getroffen. Wir haben wieder Energie. Der kleine Druide hat's geschafft. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Tiermeister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Ich brauche Teile für einen Nubier in Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Trottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch wohl taiv, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklaven-Dasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven mehr. Dann nur der Junge. Abgemacht! Oh mein Gott! Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Autofreferien. Eine Nachmeldung. Der junge Anakin Skywalker. Ein Junge aus der Gegend. Vergiss nie. Konzentrier dich auf den Moment. Fühlen. Nicht denken. Nutze dein Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Zu Beginn der dritten und letzten Runde für Zybulba. Wird er sich den Sieg noch nehmen lassen? Machiette! Machiette! Ich mag dich nicht mehr. Ich mag dich nicht mehr. Es ist Skywalker. Ich schaue dich nicht mehr. Das war's! Ja! Ja! Tiki! Tiki! Ja! Oh! Ihr habt gewusst, dass der Junge gewinnt. Irgendwie habt ihr's gewusst. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Ah! Moin, guck mal, das viele Geld! Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen, wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Wird er ein Jedi werden? Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Anakin, runter! Oh! Komm mal, Fisch! Sie sollen starten! Tagguhr. General 순간colm! Oh! Hey! Oh! Oh! Star тяжborn unterwegs ist. Oh! Endlich haben wir uns den Jedi zu erkennen gegeben. Folge ihnen, mein junger Schüler. Du weißt, was zu tun ist. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik, hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! Ich habe beschlossen, nach Nabu zurückzukehren. Bitte, euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geht mit der Königin nach Nabu und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss, die Zukunft des Jungen ist. Wir sehen das jetzt. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Dobraquikuni Amidala. Uteni. Ich bin Königin Amidala. Ich bin... Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht. Wir werden Freude. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Anni, in Deckung. Schnell! Zu euren Schiffen! Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber... Das ist mein Schiff! Das übernehmen wir. Wir gehen wir nach dem Weg. Obi-Wan, versprich. Versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Ja, Meister. Euer kleiner Aufstand ist beendet, euer Hort. Vizekönig, die Zeit eurer Besatzung ist vorbei. Sie ist ein... Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Wir müssen was unternehmen, Erzbo. Ups. Äh, das geht bloß auf Aufregelung und... Konnte er nicht sein eigenes Schiff nehmen? Oh. Jetzt, Dungernkrieger. Wir sind bereit für unseren Teil. Wir sind Kämpfer. Wir haben Riesenarmee. General Chacha, wir müssen zum Schlachtfeld. Schutzschild sofort aktivieren. Wir müssen Angst machen. Wir müssen uns schütteln. 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 Nicht einfach geben auf, General Cha-Cha, wie ihr sie was ausdenken. Hände auf. Mich sie gib auf. Mich sie gib auf. Herr Zwo, schalt endlich den Autopiloten ab. Ganz toll, Herr Zwo. Da, da sind sie. Hey, es wird eng. Zurückfliegen? Boygon hat gesagt, ich soll in diesem Cockpit bleiben, also tu ich das auch. Bravo Staffel, gehen wir ran. Wir können das Ding nicht von außen stoppen. Wir müssen rein und echten Schaden anrichten. An alle Jäger, die es in die Kampfstation schaffen. Schießt auf alle Energiekerne, die ihr findet. Wiederhole. Schießt auf die Energiekerne. Okay, Erdbrot. Wo sind diese Energiekerne? Oh, das ist gar nicht gut. Einstieglinge, das ist einstieg. Wow, sind das viele Druiden. Du hast recht. Wir sollten auf die elektrische Kerne schießen. Das ist genau wie Cockrennen. Hey, da ist einer von uns im Haupthanggang. Das Kontrollschiff der Druiden wurde zerstört. Seht. Die Knickner kaputt. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Zist. Immer zu zweit. Sie sind ein Meister und ein Schütt. Oh! 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 Senatorin, wir beginnen mit dem Landeanflug auf Coruscant. Sehr gut, Lieutenant. Oh! 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 Wir haben es geschafft. Ich bin Amidala. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Die Abstimmung ist von großer Wichtigkeit. Kommt! Senatorin Amidala, eure Tragödie auf der Landeplattform. Schrecklich. Ich glaube, dass Count Dooku hinter all dem steckt. Count Dooku war ein San Yedi. Er könnte nie ein Attentat durchführen. Meister Yedi, dürfte ich vorschlagen, die Senatorin unter den Schutz von euer Gnaden zu stellen? Vielleicht jemand, der euch vertraut ist? Ich glaube, dass er nicht mehr ist. Meine Güte, bist du groß geworden? Du aber auch. Ich meine, du bist noch schöner geworden. Nein! Nein! Bleib hier. Nicht aus den Augen verlieren, Anakin. Bin ich nun ein besserer Pilotmeister? Immerhin bin ich noch am Leben. Wer gab dir den Auftrag? Es war ein Kopfgeldjäger. Ein vergifteter Pfeil. Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Kamino Saberdart. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Kaminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner? Nein, R4, ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein. Aber da ist nur leerer Raum. Hm. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Hä? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Meister Jain, willkommen. Sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen, R4. Diese Klone, wie alt sind. Oh ja, wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Django Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Django Fett sehr gerne kennenlernen. Es wäre mir ein Vergnügen, dies zu arrangieren. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung, stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Django, willkommen zurück. Ries ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Wer hat euch für diesen Auftrag angehört? Mich rekrutiert ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nachdem wir suchen. Er darf nicht zu einem großen Vorsprung gewinnen. Los! Dad, ich glaube, uns hat einer entdeckt. Ich weiß so, wir fliegen in das Asteroidenfeld. Wir werden sie nett überraschen. Bereit machen. Schnapp ihn, Dad, schnapp ihn! R4, wirf die Ersatzteile ab. R4, wirf die Ersatzteile ab. Hier gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4. Ja, mein Lord. Ich vertraue darauf, dass alles plangemäß verläuft. Aber gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Hamilton, hilf mir! Nein, nein! Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Anni? Der kleine Anni? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter. Wo ist sie? Schwie? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Larsen. Geschäft ist Geschäft. Wo ist Ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach... ...Wasserdampf-Evaporatoren. Ihr findet sie schon. Drei PO? Der Hersteller. Obermeister Annie. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Own Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause. Als sie entführt wurde. Eine Horde... Tuskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Mom? Oh, je... Warum konnte ich sie nicht retten? Anniken. Mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Kurosan. Ich habe den Kopfkämpfer-Jumber-Fett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Klon-Einrichtung auf Kamino. Dann zu den Druiden-Gießereien auf Dionotis. Kamen-Doku stellt dort eine Druiden-Armee zusammen. Warte. Anniken. Bleib, wo du bist. Beschütze die Senatoren. Koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du froh hast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Halt. Das also nimmst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Keine Bewegung, Jedi. Bring sie fort. Mixes schlagen vor. Mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Als erste Maßnahme mit diesen Sondervollmachten werde ich eine große Armee der Republik ins Leben rufen, um die zunehmende Bedrohung durch die Separatisten abzuwehren. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Besuchen ich werde. Die Klone auf Kamino. Wir sind hergekommen, um dich zu retten. Gut gemacht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Meister Windu, wie nett von euch uns Gesellschaft zu leisten. Die Party ist vorbei. Mutig aber. Vergeblich, mein alter Jedi-Freund. Ihr seid hoffnungslos in Unterzahl. Vergeblich, mein alter course ist ein Vlene King. Ihr seid hoffnungslos! acontecendo und vergeblich, kein Vater. Mit einer! Diedropelung! Gerät lacht. Vatic ist un Keeper mitvetcek. Oh, 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 oh. Die Jedi haben eine gewaltige Armee aufgestellt. Mein Meister wird die Republik mit diesem Verrat nie davon kommen lassen. Ich werde die Entwürfe mit nach Coruscant nehmen. Da werden sie wesentlich sicherer sein. Wenn entkommt, Dukunz, weitere Systeme sich ihm anschließen werden. Sehen da vorne. Das ist Dukunz. Wow! Hör mich! Ich kann sie nicht allein lassen! Deine persönlichen Gefühle dürfen dir nicht im Weg stehen. Folge diesem Speeder. Wir sind gefangen. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Padawan weiß sich zu benehmen. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an. Nein, Edekon, nein! Meine Jedi-Kräfte sind in eurem weit überlegen. Heusch, Mech. Mächtig du geworden bist, Doku. Die dunkle Seite ich in dir spüre. Gut gekämpft, du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. Anakin! Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gute Neuigkeiten, mein Lord. Der Krieg hat begonnen. Exzellent, alles läuft genau nach Plan. Ich habe eine Plan. Geist. Ich verrunde Sie, die Oberfluss von den Tieren. In der Fall wurde es gutter. Ich bin ein Plattformen. Ich habe keine, die Oberfluss. Ich habe keine Frage, die Oberfluss von den Tieren zurgenden Runden. Meister, General Grievous' Schiff befindet sich direkt voraus. Leute, ihr seid die Besten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis zum Rührstand durchhaltet. Aber jetzt ist es... R2, lokalisiere den Kanzler. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Kanzler! Geht es euch gut? Kaum, du gut. Darauf hatte ich mich bereits gefreut. Geht es euch. 2S. General Grievous. Dieses Mal nicht. Schnellt euch bitte an. Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Kanzler Palpatine. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha! Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Wir wollen wissen, was er vorhat. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft. Aber kein Anzeichen von General Grievous. Im Outer Rim. Grievous sich versteckt. Meister Kenobi sollte gehen. Ich stimme zu. Ei. Was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Yoda wird mit einem Bataillon von Klonen die Wookies auf Kashyyyk verstärken. Möge die Macht mit uns allen sein. Seid gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gern als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Er ist hier. Auf der 10. Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Bitte um Verstärkung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Arme in der Republik uns hier entdeckt haben. Ich entsende euch in das Musterfahrsystem im Outer Rim. Doch werdet ihr sicher sein. Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi? Ihr seid am Zug. Ihr seid ein Knall. Ich bin euch mit jeglichen Wünsten ausgegeschlagen. Von Konto. Ich bin euch mit jeglichen Wünsten gegrüßt. Ich bin euch mit jeglichen Wünsten gegrüßt. Ihr seid am Zug. So unzivilisiert. Commander, kontaktiert eure Truppen. Sie sollen sich auf die höheren Ebenen begeben. Servus, Sir. Die Zeit ist gekommen. Anakin, hilf mir! Anakin, hilf mir! Anakin, hilf mir! Anakin, hilf mir! Anakin, hilf! Anakin, hilf! Anakin, hilf! Anakin! Anakin, hilf mir! Tu es! 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 Ihr wolltet mich sprechen, Kanzler? Ja, es scheint, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten hat. Es gibt Dinge im Zusammenhang mit der Macht, die sie mir verschweigen. Lass mich dir helfen. Woher habt ihr das Wissen um die Macht? Mein Mentor brachte mir alles bei, sogar über das Wesen der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite? Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Die Macht, Padme vor dem Tod zu bewahren. Ich werde euch dem Rat der Jedi übergeben. Meister Windu, ich habe etwas Furchtbares erfahren. Kanzler Palpatine ist ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr ihn verhaften wollt. Ich spüre ein hohes Maß an Verwirrung in dir, junger Skywalker. Warte in den Gemächern des Rates, bis wir zurückkehren. Ja, Meister. Meister Windu, ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Hier, hier. Ich werde das beenden. Ein für allemal. Nein. 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 Nein! Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Loche ihn! Was habe ich getan? Lerne, die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Tarful, weiter nach Krasik. Wir müssen. Wir müssen. Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 67 aus? Ja, mein Lord. Nein. Nein. Nicht 67. Order 66. Führt die Order 66 aus? Yay! Whoa! Wie ihr wünscht, mein Lord. Chewbaccaa, Tarful, in ernster Gefahr wir sind. Leb wohl, Tarful. Leb wohl, Chewbaccaa. Hm. 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 Vermissen ich euch werde. Hm. 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 Wie viele der Jedi haben sonst noch überlebt? Gehört von niemandem, wir haben. Hallo? Eine Antwort erwünscht, sie wäre. Wenn diese Nacht nicht ankommt, zurückrufen sie dürfen. Leer der Jedi-Tempel ist, besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir müssen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schlaf. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann entfinden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Hm. Hm. Oh. Oh. Hehehehe. Hehehehe. Meister Judah. Ich habe vernommen einen neuen Schüler gehabt, Imperator. Oder sollte ich euch lieber Darth Siddi es nennen? Jetzt werdet ihr erleben, wie sich die vollkommene Macht der dunklen Seite auswirkt. Endes jetzt. Geh mal wohl. Seh die. Ins Exil gehen. Ich werde müssen. Wenn jemand weiß, wo Anakin ist, dann Padme. Wir müssen schnell sein. Padme, wisst ihr, wo Anakin ist? Nein. Palpatine ist der Sith-Lord, nach dem wir gesucht haben. Anakin ist ein neuer Schüler geworden. Ich glaube euch nicht. Ich muss ihn finden. Es steckt immer noch Gutes in ihm. Ich weiß es. Anakin sagte mir, er wolle nach Mustafa. Wir müssen ihn vor Obi-Wan finden. Du meine Güte. Du schübist. Du schübist. Du schübbist. Du schübist. Douc. Das war's für heute. Ich habe mich der Separatisten angenommen, mein Meister. So ist es nun vollbracht. Warum bist du hergekommen? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Obi-Wan sagt, du hast dich der dunklen Seite zugewandt. Ich habe der Republik Frieden gebracht. Gemeinsam können wir, du und ich, über die Galaxis herrschen. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Dieser Jedi hat sich gegen mich gewandt. Wende du dich nicht auch gegen mich. Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Das ist ein Verein. Oh, oh, oh. Das ist das Ende für euch, mein Meister. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Du warst der Auserwählte. Ich hasse euch. Dort ist er. Und er ist noch am Leben. Wir müssen die Babys retten. Babys? Sie bekommt Zwillinge. Ja! Wow! Getrennt, sie sollten werden. Meine Frau und ich werden das Mädchen nehmen. Und was wird aus dem Jungen? Nach Tatooine. Zu seiner Familie du ihn schickst. Wo ist Padme? Ich fürchte, sie ist nicht mehr bei uns. Du kanntest die Stärke deines eigenen Zauns nicht. Noooooooon! 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 Ich habe mit, ich habe bei uns. Ich habe sie dochPeach wieder. Ich habe es ja auch pewien, Morning風. Hier habe ich mit. Ich habe bei euch AREK. Damit14 hay opener. Wie ist es? 잘�säunen! Hast du das gehört? Sie haben den Hauptreaktor getroffen. Diesmal gibt es kein Entrinnen für die Prinzessin. Sichert die Luftschleuse ab und bereitet die Rettungskapseln vor. Hoheit, diese Übertragung. Was haben wir empfangen? Hoffnung. Wir sind über Tatooine. Das ist bei einem alten Freund sicher. Botschafter, wollen wir die Verhandlungen beginnen? Die Verhandlungen sind auf dem Schiff. Das steckt fest. Warte gehen. Weiter gehen. Jetzt kommt niemand mehr von diesem Schiff runter. Moment. Schaut. Da ist meine R2-Einheit. Sie will diese Prüfung. Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was haben wir mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Komisch. Von hier außen betrachtet sieht der Schaden nicht schlimm aus. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin Mitglied des Imperialen Senats und fliege als Diplomatin nach Alderaan. Ihr gehört zur Allianz der Rebellen. Ihr seid eine Verräterin. Schafft sie weg. Die Pläne müssen in der Rettungskapsel sein. Schick ein Bergungskommando los. Ja, Sir. Wie trostlos hier. Warum sollte es gerade dort Siedlungen geben? Was für ein Auftrag. Was soll das? Du liebe Güte. Bring beide zur Werkstatt. Ich möchte sie bis zum Abendessen geputzt haben. Na gut, dann kommt. Hey, was für ein Schrott wollt ihr uns andrehen? Hau dir da! Mein kleiner Freund, da klemmt ihr aber schön was dazwischen. Wart ihr auf einem Sternkreuz? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Was ist das? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Er sagt, dass er einem Obi-Wan Kenobi gehört und dass die Nachricht für ihn ist. Hey, wo willst du denn hin, Kleiner? Was jetzt? Hallo. Ihr habt Glück, noch ganz zu sein. Ben? Ben Kenobi? Bin ich vielleicht froh, dass ich euch treffe. Habt ihr die Klonkriege mitgemacht? Ja, ich war einmal ein Jedi-Ritter. Genau wie dein Vater. Da fällt mir ein... Wie ist mein Vater gestorben? Was ist das? Das Lichtschwert deines Vaters. Jetzt wollen wir doch mal nachsehen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. General Kenobi, ich habe Informationen, von denen das gelingende Rebellion abhängt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Mein Vater wird sie auswerten können. Es liegt bei euch. Ob dieser Druide unversehrt zu ihm nach Aldera geschehen ist, helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Du musst dich mit der Macht vertraut machen. Ich muss nach Hause. Ich kriege auch so schon Ärger. Lieve Güte. Onkel Owen! Tante Beru! Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Han Solo. Ich bin Käpt'n des rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt zum Alderaan-System. Ja, das stimmt, wenn ihr ein schnelles Schiff habt. Schnell genug für euch, alter Mann. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich selbst, der Junge? Zwei Druiden. Und keine weiteren Fragen. Abgemacht. Ihr habt euer Schiff. Wir fliegen, sobald ihr bereit seid. Startrampe 94. 94. Chewie, schaff uns raus hier! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben. Schnallt euch an. Ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mondzug. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. So, ein Traktorstrahler hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Niemand an Bord, Sir. Schicke einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Ich lange nicht mehr... Nein. Das war es nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, das... Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Oh, hallo. Was kann ich heute für euch... Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier. Prinzessin? Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Doch, wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Du liebe Güte. Das wird nie funktionieren. Die, äh, Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Die Turbo-Lifte fahren wieder. Schnell in die Kantine, bevor ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. Ha, du sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Damit kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt's, Chewie? Stimmt's, Chewie? So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Dann kommen wir nicht raus. Eine fabelhafte Rettung. Los, in den Müllschach, Fliegerass! Los, rein da mit dir, du Haare! Dann schlägst du halt. Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimmer. 3PO! Schalte dich, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? Wo sind sie? Das Sprechgerät? Oshak, ich hatte es abgeschaltet. Verwünscht sei meine Blechhülle. Mein armer Herr. 3PO! Uns geht's gut! Hey! Okay, was ist die Druckluke auf Einheit Nummer? 3-26-3-8-2-7! Oh, im Sternen seitdem! 1-2! Warte auf mich! Die neue VT-16 ist ne Wucht? Ja! Verzeiht die Störung, aber er... Ah! Was war das? Ach, nichts weiter! Sicher wieder so ne Übung. Kommt, Freunde, wir müssen schnell sein. Und leise. Also ehrlich, ich... Eine Präsenz, die ich zuletzt spürte, als... Nein, das war's nicht. Hm. Hm. Ja, ja, das ist... Nein, ich weiß nicht. Aha! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Da sind wir. Ihr fliegt mit dem Ding? Ihr seid mutiger, als ich dachte. Reizend. Kommt. Da sind sie! Nell sie ab! Geh zurück zum Schiff! Ben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann! Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Nein! Nein! Lauf, Luke! Lauf! 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 Nicht übel, meine Rettungsaktion, hä? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Wir haben's noch nicht überstanden. Die Kampfstation besitzt einen starken Schutzschild und mehr Feuerkraft als die halbe Sternenflotte. Eine Analyse der von Prinzessin Leia überbrachten Pläne hat eine schwache Stelle aufgezeigt. Ein kleiner Ein-Mann-Jäger müsste den äußeren Verteidigungsgürtel durchbrechen können. Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein. Flügel in Angriffsposition. Rot, Fynn. Ich gehe runter. Was ist denn bei dir, Boss? Das ist fast wie zu Hause in der Bettlerschlucht. Luke, lass dich von deinen Gefühlen leiden. Das übernehme ich selbst. Geh mir Deckung. Jawohl, Fynn. Luke, aufpassen, Junge. Sie ist offen. Sie ist offen. Einen Torpedo darunter. Jetzt. Huh? Wow! 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 Toller Schuss, Junge. Ein Millionentreffer. Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer. Aufpassen, Junge. Neue. Wollt. Wie ist es? Ich bin ein Einzelgerät. Wollt. Ich bin ein Einzelgerät. Bis zum nächsten Mal. Hm. Keine Spur von Leben da draußen, General. Die Sensoren sind platziert. Sie warnen uns, falls was ist. Ich weiß, dass es kalt ist, Erzwo. Aber Prinzessin Leia ist sehr besorgt über den Verbleib von Master Luke. Genau. Wir müssen Käpt'n Solo finden und ihm sagen, dass Master Luke noch nicht zurück ist. Entschuldigen Sie bitte. Prinzessin Leia sorgt sich um Master Luke. Er ist noch nicht zurückgekommen. Vielleicht vergaß er sich zurückzumelden. Unwahrscheinlich. Sind die Speeder startbereit? Ähm, noch nicht. Wir haben Probleme, sie bei dieser Kälte startplatz zu kriegen. Dann müssen wir auf Ton-Tons raus. Puh. Ah. Puh. Puh. Ah. Puh. Ja! Luke! Ben? Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Hä? Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein. Der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Wow. Ach. Master Luke, Sir. Es tut so gut, sie wieder voll funktionsfähig zu sehen. Danke, 3 PO. Oh, Hochallerwürdigste. Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn. Lach du nur, du Pelzvieh. Prinzessin, wir haben einen Besucher. Du denkst immer nur mit deinem Magen. Ein imperialer Suchtruid. Muss eine Art Detonationsautomatik besessen haben. General, in Sektor 4 nähert sich aus dem Hyperraum eine Flotte von Sternenzerstörern. Alles für einen Bodenangriff vorbereiten. In Paiale Kampfläufer gesichtet. Echostation, rein hier! Gut gemacht, Renegatenstaffel! Luke, du musst diese AT-ATs aufhalten. Die Basis hält nicht mehr viel aus. Wir sind erlebigt. Oh, ich kann gar nicht hinsehen! Geben Sie das Evakuierungscodesignal! Warte! Ist das das Wehe? Kommen Sie, es ist aus. Und dann ab zu den Transportern! Auf zu euer Leben! Ja! Transporter, sofort starten! Wir erreichen euch nicht mehr! Ich bringe die Prinzessin mit dem Falken raus! Kommen Sie! Aber, aber, wo wollen Sie denn hin? Kommen Sie zurück! Wenn Sie gestatten, Sir, ich... Hau rein! Doch nicht so! Gib Gas! Keine Sorge, Erzo! Wir sind gleich weg hier! Geht schon los! Vorbereiten auf Lichtgeschwindigkeit! Die kommen immer näher! Ach ja? Aufgepasst! Ich hatte bereits bemerkt, dass der Hyperamtrieb beschädigt wurde! Wir können nicht auf Lichtgeschwindigkeit... Na toll, aber wir können Sie ausmanövrieren! Da! Entschuldigen Sie bitte, Hoheit! Wo fliegen wir eigentlich? Ich fliege dichter an einen der großen Brockenrösen! Dichter? Dichter? Da, das sieht ziemlich gut aus! Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun! Ich hoff es auch! Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ich nehme Kurs aufs Dagobah-System. Ich nehme Kurs auf. Bitte etwas vorsichtiger existiert Entweck deine Waffe Kein Leid will ich dir zufügen Ich suche einen Jedi-Meister Oh, Yoda Du suchst Yoda Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung Unterweisen kann ich ihn nicht Keine Geduld hat der junge Mensch Er wird es lernen, Geduld zu üben Oh, Yoda Bereit ist er nicht Doch, ich bin bereit Ben, ich kann ein Jedi werden Ben, sag ihm, dass ich bereit bin Bereit bist du? Von bereit sein Was weißt du davon? Okay, Chewie Okay, ja Sehen Sie Jetzt sind wir noch oben Also weg hier, klar für Lichtgeschwindigkeit? Das ist nicht fair Wir müssen uns irgendwo einen sicheren Zufluchtsort suchen Bespin, ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen Landeerlaubnis erteilt Plattform 327 Seht ihr? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen Wir sind echt alte Kumpel Lando und ich Wer macht sich hier Sorgen? Hey, wie geht's dir denn, du alter Pirat? Schön, dich mal wiederzusehen Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte Sie gehören wahrhaftig zu uns hier in den Wolken Nun, er wirkt ganz freundlich Ja, sehr freundlich Was hast du mit meinem Schiff gemacht? Dein Schiff? Soweit ich mich erinnere, hast du es in einem ehrlich fairen Spiel verloren Es ist der Hyperantrieb Okay, meine Leute können sich gleich an die Arbeit machen Alle sind eingeraten Es wäre uns eine Ehre, wenn sie sich zu uns gesellen würden Eine simple Anlage Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren Wir werden sie testen An Käpt'n Solo So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt Ich liebe dich Er lebt Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf Gut, bringen Sie Käpt'n Solo zu Jabba dem Hutten Bereitet nun die Anlage für Skywalker vor Charicia, bringen Sie die Prinzessin und den Wookiee zu meinem Schiff Was haben Sie eigentlich vor? Her, los! Das ist nicht meine Schuld Durch die Macht Dinge wirst du sehen Fremde Orte Leia Ich sah eine Stadt in den Wolken Freunde hast du dort Ich muss zu ihnen Ich und deine Fähigkeiten will der Imperator Das ist der Grund, warum deine Freunde leiden müssen Aber ich kann ihnen helfen Ich fühle die Macht Oh nein Jetzt werden wir es niemals da rauskriegen Also das, das glaub ich einfach nicht Darum 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 du versagst Ich werde zurückkehren Das verspricht Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung Nein Es gibt noch eine andere Ich werde zurückkehren Ich werde zurückkehren Die Macht ist mit dir, junger Skywalker Aber noch bist du kein Jedi Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden Ovi Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgewacht haben Nein Ich bin dein Vater Nein Das ist nicht wahr Niemals Verbünde dich mit mir Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis fällen Was? Leer Luke Wir müssen sofort zurück Bereit für Lichtgeschwindigkeit Sie sagten, sie hätten es hingekriegt Luke, wir sind bereit für den Start Viel Glück, Lando Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kaufgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder Wir werden Han finden, das verspreche ich Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder Jetzt hier reicht noch mehr. Doch fühle ich, ihr möchtet eure Suche nach dem jungen Skywalker fortsetzen. Ja, mein Meister. Nur mit vereinten Kräften können wir ihm zur dunklen Seite der Macht bekehren. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und du solltest dir auch welche machen. Lando Calrissian und der arme Chewbacca sind da nie wieder rausgekommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es scheint niemand hier zu sein. Gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Ach du, meine Güte. Ein Chewbacca Pinky. Es bleibt die Götter. Das ist gut, weiter. Oh, je. War auf zu meckern. War weg, war weg. Ich kann nichts sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Leia. Ich kenne dieses Lachen. Hör zu, Jabba. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen. Wurde aber leider aufgehalten. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen. Wurde aber leider aufgehalten. Gagok, you need Solo. Jabba, ma batu batu. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Ich lebe mich jetzt zu Jabba. Ich lebe mich jetzt. Skywalker. Jedi, nein. Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookie bringen lassen. Oh je, der Ragenkor. Ouhu. Ouhu. Uuhu. Ah. Oho. 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 Oh! Oho. 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 Oho-oh. Oho. Durchlauchtigste Hoheit, der große Jabba hat beschlossen, dass wir in die Grube von Capul geworfen werden. In den Schlumpf des schlichtigen Sarlacc. Das ist der letzte Fehler deines Lebens. Wo bist du gewesen? Du sollst auf dieser Barke sein. Du bedienst in der VIP-Lounge. Ist das alles Teil des Plans? Das ist alles Teil des Plans. Ja! Goose-Nula! Oberfett? Oberfett, wo? Die Party ist vorbei. Zeit zu gehen. Stop sie! Viel Glück, Erzuhl. Komm schon. Du meine Güte. Also los und vergiss die Droiden nicht. Nichts wie weg hier. Wir sehen uns bei der Flotte. Hoho. Ich habe weitere neue Tipps in meiner Datenbank. Ich hoffe, Meister Yoda ist nicht allzu viel zu sehen. Luke. Eins noch übrig ist. Vader. Stellen musst du dich, Vader. Ist Darth Vader mein Vater? Dein Vater, er ist. Da ist noch ein Skywalker. Yoda wird immer um dich sein. Obi-Wan. Luke. Yoda meinte. Leia. Leia ist meine Schwester. Deine Intuition spricht für dich. Dann komm, Erzwo. Wir müssen zurück zur Flotte. Wir müssen zurück zur Flotte. Obwohl die Waffensysteme dieses Todessterns noch nicht einsatzbereit sind, wird er von einem Energieschild geschützt, welcher vom nahegelegenen Waldmund Endor aus aktiviert wird. General Carissian hat freiwillig das Kommando für diesen Einsatz übernommen. Viel Glück. Wir können den Todesstern jedoch erst angreifen, wenn der Schild deaktiviert ist. Mein Team ist bereit. Ich mach auch mit. Oh? Ich mach auch mit. Chewie und ich kümmern uns darum. Ihr wartet hier. Hey! Hey, Wayne! Schlag dann auf! Großer, komm! Äh, irgendwelche Tipps, wie man diese Dinger fährt? Ja! Nicht loslassen! Ah! Ah! Hm. 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 Luke! Wo ist Lea? Wir sind getrennt worden. Warte, halt! Ach, hier! Hey! Halt das jemand anderem vor die Nase. Oh, mein Kopf! Lea! Lea! Du meine Güte! Verstehst du was von dem, was sie da reden? Aber ja, Master Luke. Sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Lea! Hm. Luke, was ist los? Vader ist hier. Er ist mein Vater. Dein Vater? Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Und meine Schwester hat sie auch. Irgendwie habe ich es immer gewusst. Dann weißt du auch, weshalb ich mich ihm stellen muss. Hm. Ah, Ichiwama! Er wird uns den schnellsten Weg zum Schutzschildgenerator zeigen. Geheim Eingang, was? Gute Idee. Da stehen nur ein paar Wachen. Mit denen werden wir schon fertig. Ha! Oh, yeah! Hm. Hä? Hm. Ah! Ah! Rühr dich hier nicht weg. Wir kriegen das schon hin. Hm. Oh je! Sie werden gefangen genommen! Ihr drittigen Rebellen! Hup! Ah! Hup! 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 Warte! Komm zurück! Mach du meine Güte! Habuka! Habuka! Mr. Gundam! Ich glaube, ich hab's gleich. Ich hab's! Ich liebe dich. Ja, ich weiß. Stehenbleiben! Keine Bewegung! Chewie, komm hier runter! Nein, warte! Ich hab ne Idee. Das ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Gute Arbeit, Commander. Geht nun. Der Imperator hat dich bereits erwartet. Dir müsste klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird. So wie's dir einst ergeht. Ihr irrt euch. Ich war's, der zugelassen hat, dass die Allianz den Standort des Schutzschildgenerators erfährt. Er ist absolut sicher vor eurer erbärmlichen kleinen Bande. Alle Einheiten Gefechtsformation einnehmen. Es ist eine Falle! Jetzt überzeuge dich von der absoluten Überlegenheit dieser voll einsatzbereiten und bewaffneten Kampfstation. Feuer freigegeben, Commander. Das Ding ist funktionsfähig. Gut. Ich fühle deinen Zorn. Strecke mich nieder mit all deinem Hass und dein langer Weg zur dunklen Seite der Macht ist damit zu Ende. Und jetzt erfülle dein Schicksal und nimm deines Vaters Platz an meiner Seite ein. Ich werde nie zu dunklen Seite gehören. Ich bin ein Jedi. Genau wie mein Vater vor mir. Ganz wie du willst, Jedi. Komm bitte! Hä? Luke, hilf mir, diese Maske abzusetzen. Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Ich werde dich retten. Das hast du schon getan, Luke. Ah! 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 Reflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Wir sind unterwegs. Ah! 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 Ah woher, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah! Wahoo! Oh! Ah, 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 ah! Luke war sicher nicht auf dem Ding, als es hochging. Er war es nicht. Ich fühle es. Naja, ist schon klar. Ich lasse euch mal besser. Es ist nicht so, wie du denkst. Er ist mein Bruder. Der General sucht schon ewig dazu. Wer erteilt euch die Erlaubnis, den Helm abzusetzen? Entschuldigt, Captain. Piu, 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 piu. Nimm du das. Bei dir ist es sicherer als bei mir. Die Karte zu Skywalker. Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern. Sie ist in einer BB-Einheit. Wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald. Erlebigen Sie das. Woher kommst du? Tito, er will sicher deine Bauteile. Du kannst bei mir übernachten, aber danach verschwindest du. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Hör mir zu. Wenn du genau das tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich hilf dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Wir müssen in den Teiljäger da drüben. Und was machen wir jetzt? Weiter als bis zum Teiljäger kommen, habe ich nicht gedacht. Okay, wir kommen hier raus. Lebend. Wow, das Ding geht voll ab. Das ist nicht gut. Po! Komm. Gib die Hoffnung nicht auf. Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Diese fünf Teile entsprechen dem Wert einer halben Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Das ist mit dem Droiden. Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, BB-8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Au! Hey, was? Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff sitzt ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon! Halt dich bereit! Bist du das Ding schon mal geflogen? Nein! BB-8 festhalten! Bist du die Schilder aktiviert? Ich gehe jetzt unter! Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Wow! Hilf mir damit! Stell! Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliegen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Es ist die erste Ordnung. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Wo hast du dieses Schiff her? Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. An Solo. Wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese BB-Einheit. Die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertür in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Banken in der Falle. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Acht auf den Schub. Wir verschwinden hier mit Lichtgeschwindigkeit. Festhalten! Nein! Informiert die erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Ideen erheben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Waffe. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Geh, beaufsichtigt die Vorbereitungen. Ihr beide seid auf der Flucht. Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe, ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause bringen. General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen. Aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Fins Bericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnian-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Wir besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Au! 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 Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals! Warte hier. Diese Schrottsammlerin hat dir Widerstand. Die Macht ist stark bei ihr. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelang. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird es für uns. Die Schilde. Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Schilde abschalten. Du machst einen großen Fehler. Was machen wir mit dir? Gibt's hier irgendwo einen Müllschacht? Eine Müllpresse? Die gibt's tatsächlich. Finn, was machst du denn hier? Erst flüchten, danach umarmen. Die Schilde sind offen. Sind fast da. Beschießt das Ziel. Konzentriertes Feuer. Nehmt so viele andere, wie ihr könnt. Ach, ein Volltreffer. Aber es hat nichts gebracht. Wir haben jede Menge Sprengladungen dabei. Wir sollten sie benutzen. Wenn ihr da rein wollt, muss ich den Stromkasten finden. Ah, die Kleine weiß, was sie tut. Finn! Han Solo. Mein Sohn. Willst du mir helfen? Ja. Hm. Danke. Ah! 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 Zum Falken geht's da lang. Verräter! Dieses Lichtschwert, es gehört mir! Finn! Wie geht's das? Oh! Oh! Ah! 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 Ich frage mich was in ihn gefahren ist. R2D2 hat womöglich dringend benötigte gute Neuigkeiten. Sag sie mir. Ja, alles klar Kumpel, warte. Die Karte ist nun vollständig. Luke, ich fliege. Mit Chewie und dem Falken. Ich werde Luke finden. Geil. D. 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 Nuh-uh. Hast du auch fröhliche Piepser für mich, Kumpel? Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Fröhliche Piepser. Wird schon schiefgehen. Dringende Mitteilung, Sir. Von einem Poe Dameron, der Flotte der Republik. Die Ähnlichkeit ist sehr groß. Wie geht's eurer Mutter, Sir? Vernichtet sie! Zurück auf die Tube! Er fliegt auf das Schlachtschiff zu. Alles klar, schalte jetzt Geschütze aus. Terli, Zielanflug beginnt. Verstanden? Die Evakuierung ist abgeschlossen. Gut gemacht, Poe. Kehrt mit eurer Staffel zurück, damit wir hier endlich verschwinden können. Nein! General! Wir kriegen das hin! Das ist die Gelegenheit, ein Schlachtschiff auszuschalten! Angriff sofort abbrechen. Das ist ein Befehl. Äh, die Verbindung ist schlecht. Muss los! Staffel! Wird Zeit für die Bomben! Bomber! Dicht zusammenbleiben! Jäger! Beschützt die Bomber! Ist nicht alltäglich, dass wir ein Schlachtschiff vor es vorkriegen. Also strengt euch an! Leading! Leading! Die Bomber! Schiff evakuieren! Wir müssen den letzten Bomber schützen! Es ist unser eigenes... Page, wir sind über dem Ziel! Wieso ist euer Waffenschacht geschlossen? Page, bitte kommen! Ihr seid der letzte Bomber! Es hängt alles von euch an! Ja! 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 Hm! Ah! 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 Bomben unterwegs! Volltreffer! Schlagze im Arsch! Schlagze im Arsch! Schlagze im Arsch! Sie können nicht entkommen, oberster Anführer! Denn die Schlinge zieht sich immer weiter zu! Der mächtige Kylo Ren! Nimm dieses lächerliche Ding ab! Du bist nur ein Kind mit einer Maske! Mach mein Schiffsstart klar. Das ist Snooks Schiff. Wir haben uns im Hyperraum aufgespürt. Das ist unmöglich. Geschlossene Formation. Es ist... Also, wer hat das Kommando? Das wäre... Vize-Admiral Holdo. Danke, Commander. Wie lautet unser Plan? Bleibt auf eurem Posten und befolgt meine Befehle. Was soll denn das werden? Ich, ähm, mach nur ein paar Kontrollen. Kontrollierst die Rettungskapseln. Nein! Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurückkommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperre dich ein wegen Desertation. Also, die erste Ordnung ortet uns von einem Zerstörer aus. Dem Führungsschiff. Super, dann pusten wir das weg. Gute Herangehensweise, aber nein. An Bord schleichen. Ordnungsgeräte aktivieren. Unsere Flotte entkommt, bevor die es mitkriegen. Wie kriegen wir euch beide unbemerkt auf Snooks Zerstörer? Findet den Meister-Code-Knacker. Ihr erkennt ihn an einer roten Plomblüte an seinem Ravea. Im Casino. Kommt in der Wald. Die Flotte hat nur noch für 18 Stunden Treibstoff. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib hier und geh dann auf Lichtgeschwindigkeit. Die Flotte hat nur noch für die Flotte. Eine rote Plomblüte. Der Meister-Code-Knacker. Äh, ja. Das sind die Falschparker. Na schön, ihr zwei seid verhaftet. Wegen Parkverstoß 27B-6. Ohne einen Codes-Knacker, der uns auf Snooks Sternenzerstörer bringt, was machen wir bloß? Keine Ahnung. Hast du was für einen Ausbruch dabei? Hm, ich krieg das hin. Was? Die Codes der Ersten Ordnung und ich, wir kennen uns schon ewig. Hat er gerade... Hm. Diese Wachen werden jeden Moment hier sein. Und jetzt? Wir sind vom Widerstand. Mhm. Sie müssen hier durchgekommen sein. Oh, fuck a bit. Hey. Meister Skywalker. Ich kenne diesen Ort. Die Originale der Jedi-Schriften. Wieso bist du hier? Irgendetwas in mir ist immer da gewesen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Hm. Hm. Nein. Ach. Drei Lektionen. Ich werde dich mit der Macht der Jedi vertraut machen. Und warum ihre Ehre enden muss. Setz dich. Fühlen. Ah. Atme. Was siehst du? Die Insel. Da ist noch etwas anderes. Unterhalb der Insel. Ein dunkler Ort. Ruf nach mir. Widersetze dich, Ray. Du bist direkt in die Dunkelheit gegangen. Diese Höhle. Ich muss sehen, was da drin ist. Hm. Hm. Du wirst Luke Skywalker zu mir bringen. Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen. Ich kann deine nicht sehen. Zu spät. Du hast verloren. Ich habe Skywalker gefunden. Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte. Er spürte meine Stärke. So, wie er deine spürt. Er fürchtet es. Du bist nicht allein. Genauso wenig wie du. Hör auf! Ist es wahr? Habt ihr Kylo Ren erschaffen? Verlass diese Insel! Sofort! Sag mir die Wahrheit. Ich wollte ihn ausbilden. Meine Stärken an ihn weitergeben. Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt. Und er wandte sich gegen mich. Ben! Nein! Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. Ray. Tu das nicht. Hm. Hm. Dann ist er unsere letzte Hoffnung. Hm. Ich vernichte das alles hier. Hm. Wenn Solo verloren du hast, Ray verlieren dürfen wir nicht. Ich muss mit Ben reden. Ah! 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 Du musst das nicht tun. Hahaha! Junge Ray. Komm näher, Kind. Ihr unterschätzt Skywalker. Und Ben Solo. Aha. Und mich. Ah! Du besiegst das Temperament eines Waren Jehens. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ah! Hm? Wow! Hm! Ah! Huh! Ahh! Oh! G vent! Ah! 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 Huh! Uh! Wer? Verbünde dich mit mir wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung Du das nicht, Ben. Komm mit mir Na wir haben einen Code knacker gefunden du kriegst das doch hin oder Wir tarnen unseren Anflug, dann sind wir nicht auf ihren Schirmen Nun wir sind gut verkleidet wo geht's jetzt Lange? Äh, hier lang? Hände hoch! Sofort die Waffen fallen lassen! Ich hab'n deal gemacht Widerstandstransporter sind vom Kreuzer aus gestartet Feuer nach eigenem Ermessen Diese Transportschiffe besitzen keine Waffen, keine Schilde, wir haben keine Chance Po Sie müssen ihren Transporter erwischen Jemand muss hier bleiben, um den Kreuzer zu fliegen Möge die Macht mit euch sein Immer OVN 2 187 wie schön, dass du wieder da bist Verräter! Du warst schon immer. Abschau! Rebellenabschau! Da hinten ist ein Transporter! Wir müssen los! Was ist passiert? Das Mädchen. Sie ist in Snoke's Rettungsschiff entkommen. Bringen wir's zu Ende. Lang lebe der oberste Anführer! Was ist das? Der Mineralplanet Krait. Ein Rebellenstützpunkt? Aufgegeben. Aber schwer gepanzert. Sie kommen. Schließt das Tor. Wir reißen an! Nein, 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 nicht Feuer! Nein! Finn! Row! Finn! Ihr seid am Leben! Ist das alles, was übrig ist? Oh, Kumpel! Ich freu mich ja so, dich zu sehen! Benutzt die übrige Energie, um ein Notsignal in den Outer Rim zu senden. Wir müssen uns um das Geschütz kümmern! Wir müssen uns um das Geschütz kümmern! Wir müssen uns um das Geschütz kümmern! und er ist um das Geschütz kümmern! Und er ist um das Geschütz kümmern! Wir müssen uns um das Geschütz kümmern! Und er ist um das Geschütz kümmern! sie hat ziemlich erwischt es tut mir leid ich weiß ich bin nur froh dass du hier bist jetzt am ende skywalker tut das damit wir überleben können folgt mir zurückgekehrt weil du mir vergeben willst weil du mich retten willst der meister der ritter von renn kann keinen müden alten mann treffen auch mit den spiel alle verfügbaren waffen abheuern ist mein lichtschwert an ich habe dich hintergangen wenn es tut mir leid da bin ich mir sicher noch mal feuer Sehr wohl, oberster Anführer. Der Widerstand ist tot. Der Krieg ist vorbei. Und wenn ich dich töte, dann töte ich damit den letzten Jedi. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Ein paar neue Tricks gelernt? Der! Feuert doch mal! Wie ich sehe, bist auch du in deinem Versteck nicht eingerostet. Egal, ich werde dich dennoch schlagen. Was? Was geht hier vor sich? Der! Die Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Und ich werde nicht der letzte Jedi sein. Wenn du mich tötest, erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Nicht jetzt! Hm. Geh weg, los! Komm später wieder! Danke! Nein! Wir sehen uns, Kleiner. Wir sehen uns, Kleiner. Okay, wir sehen uns, Kleiner. Wie wollen wir darauf eine Rebellion aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Hm. Oh, nachigate! Da, da, na! Endlich, mein Junge. Ich bin jede Stimme gewesen. Die du je gehört hast, ist deinem Kopf. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unnatürlich halten. Was könntet ihr mir geben? Alles. Ein neues Imperium. Ein neues Imperium. Finde das Mädchen. Vernichte die Jedi und werde zu dem, was dein Großvater Vader nicht erreicht hat. T-5. Julio, wie schön dich zu sehen. Du hast was für uns? Einen neuen Verbündeten. Einen Spion bei der ersten Ordnung. Übertrage die Nachricht. Bringe sie zu Leia. Wir werden gleich gegillt! Oh, wir haben's! Was machst du denn da? Lichtgeschwindigkeit stottern! Woher kannst du denn so was? Hyperantief! Nochmal! Ja, aber Ray ist nicht hier, oder? Wir springen wieder! Festhalten! Wo sind wir jetzt? Ist doch egal! Wo sind wir jetzt? Ist doch egal! Seid mit mir! Seid mit mir! Seid mit mir! Die sind nicht mit mir! Ray, hab Geduld! Ich mach jetzt den Trainingsparcours! Nein! Komm mit mir! Komm mit mir! Komm mit mir! Ray! Der Falke ist zurück! Ein Verräter bei der ersten Ordnung hat uns ne Botschaft geschickt. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Er hat seine Rache geplant. Die größte Flotte, die die Galaxis je gesehen hat. Versteckt in den unbekannten Regionen. Auf einer Welt namens Exegol. Luke hat danach gesucht. Wenn wir dort hinzugelangen, braucht man einen von diesen. Ein Sith Wegfinder. Ein Sith Wegfinder. Ich fange dort an, wo er die Spur verlor. In der verbotenen Wüste von Passana. Wir gehen gemeinsam. Was ist das denn? Das Aki-Aki-Fest der Armen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe noch nie so wenig Wegfinder gesehen. Nambi-Gima. Nambi-Gima. Ihr Name ist Nambi-Gima. Das ist ein schöner Name. Ich bin Ray. Du kannst dich nicht verstecken, Ray. Was? Gefällt dir die Maske nicht? Ich werde dich finden. Und dann bekehre ich dich zur dunklen Seite. Wir werden sehen. Meine Güte und ich gehen auf die Jaster der Schrottsammlerin. Wir müssen weg. Zurück zum Falken. Sofort. Aha. Leia hat mir eine Nachricht geschickt. General Palisian, wir suchen nach Exegol. Luke und ich verfolgten einen alten Jedi-Jäger. Ochi von Bestun. Er hatte einen Hinweis bei sich, der zu einem der Wegfinder führen könnte. Es wurden nur zwei davon gefertigt. Wir folgten seinem Schiff durch die halbe Galaxis. Es war verlassen. Hinter der Schlinger-Schlucht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Haben die Verdächtigen gesichtet? Los! Da! Die Speeder! Ochi's Schiff! Das habe ich schon mal gesehen. Sinkende Felder! Haltet euch an irgendwas fest! Wird das denn nie ein Ende haben? PPR! Nein! Wo sind die anderen? Suchen wir sie. Furchtbare Dinge wurden damit begangen. Da steht was drauf. Oh! Ich weiß ganz genau, wo dieser Wegfinder ist. Leider bin ich maschinell nicht in der Lage, Übersetzungen aus dem Sith auszusprechen. Schlange! Schlange! Ich habe nur ein wenig Leben übertragen. Machtenergie von mir zu ihm. Wir müssen einen Zahn zulegen. Jemanden finden, der diesen Deutsch übersetzen kann. Zum Beispiel einen hilfreichen Doiden. noch ein. Mr. Ray? Chewie? Sie haben Chewie! 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 Sie hatte den Torch! Das war der einzige Hinweis zu diesem Wegfinder und der ist weg! In der Tat, die Inschrift existiert nur noch in meinem Speicher. In deinem Speicher? Ja, Master Paul! In deinem Speicher! In deinem Speicher! In deinem Speicher! Ich bin C-3PO, Roboter Mensch! Wir sind auf der Suche nach Babu Frick! Kampfleffer, bleibt dicht hinter mir! Scheint, er hat etwas im gesperrten Datenspeicher eures Droiden gefunden. Babu, kriegst du ihn dazu es zu übersetzen? Droidengedächtnis wird gelöscht! Weg, weg! Oh! Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde! Oh, oh! Oh! Rents Zerstörer! Chewie! Er lebt! Er war wohl auf einem anderen Transporter! Der Droide ist fertig! Der Wegfinder des Imperators ist in der Imperialen Kammer. Auf einem Mond im Endosystem. An der Südküste. Nur diese Klinge, es war er. Wenn ich mich vorstellen dürfte... Ich bin C-3PO, Roboter Mensch-Kontakter. Wir müssen los! Hau! Landeprivilegien für jedes Schiff. Hier hilft deinem Freund. Der Dolch ist auf dem Schiff. Wir brauchen ihn. Wir treffen uns im Hangar. Mhm. Hm. Ray, wo auch immer du bist, es ist schwer dich zu finden. Es ist schwer dich loszuwerden. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dazu entschieden, um dich zu beschützen. Nein! Ray, sei tapfer. Hier bist du in Sicherheit. Das verspreche ich dir. Komm zurück! Sie haben dich verkauft, um dich zu beschützen. Nein! Es war Palpatine, der deine Eltern entführen ließ. Er hat nach dir gesucht. Sie ist nicht auf Yaku, sie ist fort. Nein! Da bist du also. Zu Chewie geht's da lang. Klar sind wir hier, um dich zu holen, Chewie. Lass die Waffen fallen sofort! Die Waffen weg! Hallo, Freunde. Beseitigt sie. Ich bin der Spion. Was? Ich will, dass Kylo Ren verliert. Wo sind die anderen? Sie sind nicht zurückgekommen. Dann finde sie. Los! Warum war der Imperator hinter mir her? Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Du bist eine Palpatine. Was Palpatine allerdings nicht weiß, ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Ray. Zwei, die eins sind. Du weißt, was du tun musst. Ich weiß es. Hopp! Spring! Ich fang dich auf! Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu bringen. Ich verstehe. Wir haben unseren Spion. Wir haben unseren Spion. Wir haben unseren Spion. Nur diese Klinge es verrät. Hm. Der Wegfinder ist dort. Harte Landung. Ich bin Janna. Wir müssen zu diesem Rack. Nicht jetzt. Zu gefährlich. Lasst uns das Schiff reparieren. So lange können wir nicht warten. Wir werden den nun da sein. Wir werden den nun da sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Den Weg nach Exegol findest du nur durch mich Nein! Komm mit mir nach Exegol Lass uns Palpatine vernichten Zusammen! Nein, ich gehe nirgendwo Unsere Großväter wären stolz auf uns Nein, Palpatine bedeutet mir nichts Ups Hey! Nimm meine Hand Und dieser Kampf ist beendet Wow 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 Hm Wow Wow Ah 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 Puh Was machen wir? Wir können nichts machen. Wir müssen zurück zur Basis. Ruhe sanft, geliebte Prinzessin. Chewie. Leia hat dich zum General befördert. Was tun wir jetzt? Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin nicht bereit. Das waren wir auch nicht. Kommen Sie zu mir nach Exegol, General Pride. Entsende dein Schiff zu einer Welt, die Sie kennen. Lass sie brennen. Ja, mein Lord. Sie wird herkommen. Ihre Freunde werden folgen. Meister Skywalker. Die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt. Wenn du dich Palpatine nicht stellst, bedeutet das das Ende der Jedi. Ich habe da etwas von meiner Schwester für dich. Leia's Lichtschwert. Das Ende ihres Weges als Jedi. Aber das ist dein Kampf. Nimm beide Lichtschwerter mit nach Exegol. Ich habe den Wegfinder nicht. Ich habe Rens Schiff zerstört. Du hast alles, was du brauchst. Das ist Rey. Sie fliegt nach Exegol. Kijimi. Wie? Durch Beschuss eines Sternenzerstörers aus den unbekannten Regionen. Planetenkillerwaffen. General, dieser Droide hat eine Menge an Informationen über Exegol. Nein, nein, danke. Solange diese Sternenzerstörer auf Exegol sind, können wir sie angreifen. Sie haben doch garantiert eine Art Thermalgenerator. Gibt es eine Ventilationsöffnung, wenn wir die genau treffen? Oder vielleicht eine Art Reaktorkern. Wie bitte? Sie nutzen ein Signal eines Navigationsturms, wie Demir. Unsere Jäger finden den Turm, das Bodenteam pustet ihn weg. Wir sind nicht genug. Und da kommen Lando und Chewie ins Spiel. Sie fliegen mit dem Falken zu den Kernwelten. Wir haben Freunde da draußen. Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Seht euch diese Flotte an. Willkommen auf Exegol! Lange habe ich darauf gewartet, dass mein Enkelkind nach Hause kommt. Ich bin nicht hier, um die Sith anzuführen. Ich bin hier, um sie zu vernichten. Mein Geist wird übergehen auf dich. Du wirst Imperatorin werden. Wir beide werden eins sein. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Und du bist diejenige, die sie hergeführt hat. Strecke mich nieder. Nimm den Thron. Bringe das Opfer. Tu es. Geheintstehen. Geheintfallen. Ein Zweiklang der Macht. Die Macht von Zweien regeneriert den einzig wahren Imperator. Da ist es. Das ist unsere Landezone. An alle Staffeln. Beschützt die Landefähre. Der Thomas dreht vor uns. Das wird reichen. Seht euch das an. Seht euch das an. Das war's, du ungetöp. Sorry, du hast es geschafft. R2, meine Systeme versagen. Kann mich jemand hören? Seid mit mir. Seid mit mir. Das sind deine letzten Schritte, Ray. Steh auf und gehe sie. Ich mag Sand nicht. Ich stimme zu. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ray, die Macht wird mit dir sein. Immer. Eine Schrottsammlerin ist der Macht, die ich in mir trage, nicht gewachsen. Du bist ein Niemand. Unbegrenztes Sith. Ich kann das ewig machen. Ich bin alle Sith. Und ich. Ich bin alle Jedi. Ich bin alle Jedi. Ich bin wieder im Spiel. Das ist unsere letzte Chance. Wir müssen diese Geschütze vernichten. Hallo. Ich, Bubble Frick. Ich bin alle Jedi. Ich bin alle Jungen. Und ich bin alle Jungen. Oh, 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 oh. Haha. Oh, oh. Oh, oh. Die Leute heben sich überall in der Galaxis. Geschafft! Ich bin C-3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Und du bist C-3PO. Speicher-Wiederherstellung abgeschlossen. Boutini! Wer bist du? Ich bin Rey. Rey Skywalker. Ich bin Rey. Ich bin Rey.